Audi präsentiert auf der Detroit Auto Show das Konzept vom Q8. Er sieht ein bisschen aus wie ein größerer Q2 und endlich will Audi einen Gegner gegen den GLE und den X6 positionieren. Meiner Meinung nach ist das eine echt schicke Studie. Ihr könnt ja mal drunter schreiben, was ihr davon haltet, also ich finde die Farbe gut, ich finde die Linie gut. Er hat auch so ein bisschen Anleihen vom Urquattro, sagt einfach eure Meinung dazu.